Musik So und jetzt geht es erstmal nach hinten, da warten sich ja kühle Getränke, wie ich mir vorstellen kann. Dass die Sängerin gerade auf die Uhr geschaut hat, war übrigens kein Zufall, denn die Leute müssen sich natürlich schon an die genauen Zeiten halten bei solch einem Mammutprogramm. Jetzt geht es aber wieder nach vorne, auf die Bühne, denn da tritt auf Paul Young. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017